herzlich willkommen zurück zu keep talking and nobody explodes ich bin hier wieder an der bombe zusammen mit solchen marine der schön gemütlich zu hause sitzt der auf weiße blätter start weiße blätter start mit schwarzer schrift das mache ich auch gerade und die nächste bombe heißt vielversprechend no room for error ja ein fehler und es ist alles vorbei das ist wahrscheinlich ein sehr schönes englisches sprichwort wir haben fünf minuten zeit für fünf module aber ein fehler und es macht bumm starten wir das ganze mal okay da sind schon mal viele große batterien auf geht's wir fangen mit wörtern lead lead ok rechts unten you apostroph re you apostroph re you boom was ja you war falsch du hast doch gesagt you apostroph re das erste wort ist bei mir you tja und bei mir war you und es hat bumm gemacht okay einfache kabel oder ja doch mal ein einfacher kabel ist gut okay zwei rote zwei blaue ein weißes ein gelbes exakt ein gelbes und mehr als ein weißes nein also ein gelbes aber nur ein weißes kein rotes zwei rote dann das vierte kabel nochmal diesmal sind es fünf okay zweimal gelb einmal rot einmal schwarz einmal weiß das letzte ist nicht schwarz korrekt ein rotes kabel ja mehr als ein gelbes ja durchtrennen sie das erste kabel dann versuchen wir noch mal die wörter display display rechts unten das nächste wort ist das nächste wort ist hold on ah hier rechts unten nothing u h h h h h h nein right okay das nächste ist erinnern oder symbole je nachdem was dir besser passt wir können erinnern machen hier ist es drei in der dritten position ist eine zwei okay gut dass man das im dunkeln sieht zwei in der selben position wie stufe eins das ist die drei ist eine zwei okay vier drücken sie den knopf mit aufschrift vier ist die vierte position okay drei äh selben position also auf position drei ist eine vier eine vier drei mit der nummer vier dann haben wir noch einmal symbole okay umgedrehtes c umgedrehtes c weiß ja weißer stern ja schnörkeliges h also schreibt schrift haben ja und umgedrehtes fragezeichen c stern h fragezeichen entschärft sehr gut zwei minuten 21 sekunden noch zeit gehabt ich frage mich warum das andere nicht geklappt hat das war ja wieder das gleiche your apostrophe re vielleicht habe ich das falsche wort vorgelesen oder irgendwie in der zeile verrutscht ich habe keine ahnung top 25 prozent top 25 prozent sehr gut das war doch mal das war ja ne so läuft es eigentlich so sollte es laufen okay letzte aus der moderaten stufe okay sie heißt sie heißt eight minutes acht minuten okay ähm acht module acht minuten take your time relax note notiz niemals relaxen wenn du eine bombe entschärfst ja wie gesagt acht minuten drei strikes start da ist jetzt bestimmt alles dabei wahrscheinlich kannst du schon mal auf morsen gehen hast du schon gesehen oder nein doch nicht aber wenn jetzt alles kommt dann ist morsen bestimmt dabei äh ne kein morsen wir fangen an mit den wörtern äh sie ja c e e c e e moment was ist denn da rechts unten u h h u h äh u h h u h your moment ist u h h u h schon das erste wort ja ja gut dann ist es das ja ähm c e e schon wieder äh rechts äh unten u h h u h h u h wieder das gleiche okay das nächste ist there t h e r e äh rechts unten next ähm wo haben wir es denn wo haben wir es denn hier what mit fragezeichen ja alles klar das nächste ist was das nächste ist das was nächstes äh komplizierte kabel äh die muss ich schnell suchen wenn du was anderes hast dann sag was du hast ich hab alles andere hier okay das erste leuchtet blau stern blau und stern äh hat das kabel hat das kabel einen parallel port das kabel äh die bombe ja ja haben wir haben wir ja dann durchschneiden falsch was das nächste war leuchtet nicht aha weiß ja kein stern durchschneiden okay ich glaub das war mein Fehler ich glaub wir haben keinen parallel port dann das nächste leuchtet nicht weiß und stern äh nur der stern ist äh durchschneiden okay entschärft dann haben wir kabelsequenzen mein gott mein gott wo haben wir es denn wo haben wir es denn ah hier 1a rot genau moment äh r b ist okay 1a rot oder wie ja äh nicht durchschneiden 2b rot äh durchschneiden 3a blau nicht durchschneiden 4c rot äh c rot nicht durchschneiden blau b blau b nicht durchschneiden schwarz b durchschneiden rot c durchschneiden äh blau a nicht durchschneiden blau a nochmal durchschneiden entschärft dann erinnern wieder erinnern moment ja bin da 2 in der zweiten position ist eine 1 ok 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 äh zweite position ist eine 2 ok 2 äh aufschrift ist ein 1 kabel auch endlich wieder was schönes äh ja 3 weiße also 6 stück ja 3 weiße 2 gelbe ein rotes durchtrennen 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 sie das vierte kabel dann haben wir knopf blau steht hold drauf wie viele batterien ähm moment null null batterien äh halten weiß eins mach schon mal symbole auf ja kronleuchter kronleuchter hantel hantel das umgedrehte n ja omega hantel kronleuchter n und omega ok ach so und passwort haben wir noch das hab ich ganz übersehen m ja moment ich muss erstmal hin wo ist es denn wo ist es denn wo ist es denn da ist es äh was m m martha x haben wir nicht ok x haben wir auch nicht p ja d k c a c s ok schau mal ob du point rauskriegst nein wir hatten p und s noch richtig richtig dann was hast du noch auf der zweiten position o l f s t e t e halbe minute noch schau mal ob du sound rauskriegst s o u n d oh ja hat gerade noch sound gelesen zum glück glaub ich die schweren sachen needy a small wrinkle ach du scheiße irgendwas ist anders an dieser bombe und es verlangt aufmerksamkeit oh nein fünf minuten sechs module ein strike bist du bereit äh ja bist es du auch weil das könnte tatsächlich äh für dich jetzt auch interessant werden na da bin ich ja begeistert daran kann ich mich nicht erinnern wenn es ein neues module ist musst du mich mal äh informieren welches ok ja wir haben ein neues modul wir haben hier so ein sound ding oder ne was heißt wir haben so ein hebel den man runterdrücken kann kondensator entladung das kann sein entladen sie den kondensator bevor er sich überlädt indem sie den hebel nach unten ziehen ach du scheiße das ist dein job shit das ist natürlich na gut ok wir haben wörter lead moment ich suche sie gerade noch oh mein gott jetzt sind das wieder Seiten äh hier ok lead sagst du l-e-a-d rechts unten press schau auf den entlader gell ja die ganze zeit press press hier haben wir es right middle yes das nächste wort ist nothing mittel links u h h u h ja u h h u h das nächste wort ist c äh rechts oben ok ok middle no first yes u h h h nothing wait ok left ready shit ich habe ein wort übersehen scheinbar wait war falsch sorry macht nichts ach so dürfen wir kein Ding haben oder wie ja richtig ein Fehler und es machte boom gut dann schauen wir mal was ist jetzt der entlader hat aber nichts gemacht ist der nicht hoch mit der Anzeige nächstes wir haben wieder den entlader wir fangen an mit knöpfen rot detonate genau ist schon mal nicht wie viele batterien sechs drücken und sofort wieder loslassen hallo ja ich bin gerade überlegen was ich hier mit dem hebel machen muss die muss nach unten drücken und dann da müsste es sich wieder entladen ah genau ok noch ein knopf weiß hold steht drauf ist der knopf weiß leuchtender indikator mit car nein mir ist zwei batterien auch nicht mit frk nein nix ähm halten weiß eins äh einfache kabel kannst du schon mal aufmachen ok wie viele drei hoho das war knapp zwei rote an deinem blaues durchtrennen sie das letzte kabel dann haben wir zum schluss noch lustige symbole ja also ein zickzack symbol ja verrücktes umgedrehtes c mit punkt ja und schreibschrift h äh das zickzack das verrückte das h und das c alles klar was habe ich noch eins übersehen vielleicht auf der rückseite noch mal wörter moment ich gucke ja äh read hier rechtsmitte nothing uhahaha right ok middle right ist wieder fast schief gegangen ähm nichts steht dort ok das ist links unten uhahaha moment suche ich noch ach hier ready nothing das nächste wort ist hold on hier rechts unten hold äh suche ich noch suche ich noch hier u r nein u nein dann u h u h u r erschärft diesen indikator habe ich völlig vergessen zwischendurch der hat erst ein piepsymbol gedacht ok dann piepst der immer wenn er dann los geht aber das hieß nur dass er dann startet und dann war ich ich war drei sekunden vor schluss habe ich ihn wieder runter gedrückt oh es gibt noch so so ein nettes mit äh da stehen fragen drin und die musst du beantworten mit ja oder nein mit einem knöpfchen meine güte ok wir hatten jetzt noch zwei minuten und zwei sekunden übrig echt doch noch so lange ja aber trotzdem nur in die top 54% oh krass puh ok wir sind jetzt bei 19 minuten dann würde ich sagen nächste dauert wahrscheinlich auch wieder ein bisschen länger ja die nächste machen wir dann würde ich sagen in der nächsten folge vielen dank fürs zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder bis dann tschüss tschüss Bis zum nächsten Mal.